Es ist Ende November und das bedeutet wie in jedem Jahr Black Friday bzw. eigentlich sogar eher Black Week. Und die ganzen Tools wie Elementor oder Astra haben diese Woche wieder ordentliche Black Friday Deals. Ich möchte dir in diesem Video jetzt einen kurzen Überblick geben, welche Rabatte dich da jetzt genau erwarten diese Woche. Aber nicht nur das, denn ich habe mir da auch noch einen kleinen Bonus für dich überlegt. Es ist ja grundsätzlich so, dass sich für dich erstmal nichts ändert, wenn du über einen meiner Affiliate Links eins der Tool kaufst. Für dich bleibt der Preis immer genau gleich. Wenn es irgendwie Rabatte gibt, dann bleibt auch dieser Rabatt genau gleich. Und ich erhalte dann einen Teil davon als Provision. Als kleines Dankeschön dafür habe ich mir jetzt was überlegt. Wenn du diese Woche eins der Tools, deren Deals ich dir jetzt gleich vorstelle, über meinen Link kaufst, dann kannst du dir bei mir ein kostenloses Feedback für deine Website abholen. Das biete ich sonst grundsätzlich nicht an. Das mache ich jetzt wirklich nur diese Woche quasi als kleinen Bonus und als Dankeschön an dich. Funktioniert auch ganz einfach. Du gehst einfach über einen der Links. Die findest du entweder unten unter dem Video oder im Blogartikel, den ich dir auch unten verlinke. Kaufst darüber das Tool und schreibst mir dann eine E-Mail, wo du dann sagst, welches Tool du gekauft hast. Du schickst mir deine Bestellnummer und natürlich die URL deiner Webseite. Und dann gebe ich dir innerhalb einer Woche ebenfalls per Mail Feedback zu deiner Webseite, also zu den Inhalten, so ein bisschen zum Aufbau, zur Struktur der Webseite. Und ja, gib dir einfach so ein paar Punkte quasi als Feedback eben für deine Seite. Das Angebot kannst du natürlich auch dann gerne nutzen, wenn du jetzt nicht unbedingt diese Woche was kaufst, sondern wenn du zum Beispiel in den letzten Wochen oder Monaten über meinen Affiliate-Link eines der Tools gekauft hast. Auch dann kannst du das natürlich in Anspruch nehmen und schickst mir einfach, wie gesagt, die Bestellnummer und die URL per E-Mail. Und dann gilt das Angebot absolut natürlich auch für dich. Wichtig ist nur, dass du mir die E-Mail mit den ganzen Infos spätestens am 30. November schickst, also am Montag. Nur bis dahin geht diese Aktion und alles Spätere quasi kann ich dann leider nie mehr berücksichtigen. Aber da hast du jetzt auf jeden Fall also die ganze Woche Zeit. Alle Infos, die E-Mail-Adresse, wo du das hinschicken kannst und so weiter, findest du, wie gesagt, im Blogartikel, den ich dir in der Beschreibung nochmal verlinkt habe. Und jetzt lass uns aber mal anschauen, welche Deals denn die ganzen Tools sich diese Woche für den Black Friday überlegt haben. Starten wir mit Elementor. Hier gibt es dieses Jahr 10% Rabatt auf den Plus-Plan und 25% Rabatt auf den Export-Plan. Der Plus-Plan, da kriegst du dann drei Lizenzen für Elementor Pro, wie gesagt 10%. Und beim Export-Plan gibt es sogar bis zu 1000 Lizenzen. Das heißt, alles, was mehr als drei ist, da kaufst du dann den Export-Plan. Und da kriegst du, wie gesagt, dieses Jahr 25% drauf. Der Rabatt wird automatisch abgezogen, also du brauchst keinen Rabatt-Code oder sowas, sondern kannst einfach quasi auf die Seite gehen, die unten verlinkt ist. Und das Ganze gilt bis zum 2. Dezember. Eins der Tools, die ich dieses Jahr sehr für mich entdeckt habe und von denen ich seitdem sehr großer Fan bin, ist Ultimate Add-Ons für Elementor. Das ist quasi eine Erweiterung für Elementor, wo du dann nochmal über 45 zusätzliche Widgets für Elementor kriegst. Ich finde es super gut. Ich habe dazu auch schon einige Videos und kann dir das Plugin wirklich absolut empfehlen. Jetzt in der Black Week kriegst du 30% Rabatt auf Ultimate Add-Ons. Und zwar zum einen auf die jährliche Zahlung oder aber auch auf die Lifetime-Lizenz. Also das ist eine Option, die es da auch gibt. Da hast du dann quasi nur eine Einmalzahlung und musst eben diese Lizenz nicht jedes Jahr erneuern, sondern zahlst halt einmal und kriegst dann eben lebenslang Update und Support. Und auch auf diesen Plan kriegst du diese Woche 30% Rabatt. Du kannst Ultimate Add-Ons zum einen einzeln kaufen, also wirklich nur das Plugin oder aber auch im Rahmen des Agency Bundles vom Astra Theme. Dieses Agency Bundle umfasst zum einen die Pro-Lizenz vom Astra Theme, wo dann also zusätzliche Funktionen natürlich noch dabei sind und zum Beispiel auch jede Menge zusätzliche Website Templates, die ich besonders praktisch finde. Und neben dieser Pro-Lizenz für das Theme sind aber eben auch einige Premium-Plugins mit dabei, wie zum Beispiel Ultimate Add-Ons. Sowohl für Astra als auch für die ganzen Plugins, die enthalten sind, hast du absolut keine Begrenzung, was die Lizenzen angeht. Also das kannst du auf unbegrenzt vielen Webseiten benutzen, was ich ebenfalls sehr, sehr praktisch finde. Auf die ersten 300 Agency Bundles, die diese Woche verkauft werden, gibt Astra sogar 40% Rabatt. Und wenn die quasi aufgebraucht sind, dann sind es noch 30%, also auch das lohnt sich absolut. Und hier gilt genau das Gleiche wie bei Ultimate Add-Ons. Also der Rabatt gilt sowohl auf die jährliche Zahlung, aber auch auf die Lifetime-Lizenz. Neben dem Agency Bundle, wo also neben der Pro-Lizenz noch fünf Premium-Plugins enthalten sind, gibt es auch ein Mini-Agency Bundle. Das ist zum Beispiel das, was ich nutze, denn ich brauche diese ganzen zusätzlichen Plugins im Moment nicht, aber ich habe eben gerne Ultimate Add-Ons und Astra. Und genau das ist eben in diesem Mini-Agency Bundle enthalten. Also der Umfang ist hier etwas geringer, es sind nicht ganz alle Plugins dabei, aber genau, das kann eben auch interessant sein, wenn du halt nicht diesen ganzen Funktionsumfang brauchst. Und auch auf das Mini-Agency Bundle gibt es natürlich 30% Rabatt. Kommen wir jetzt noch zu Thrive Themes. Die Plugins von Thrive mag ich ja auch sehr gerne und habe auch dazu in den letzten Wochen wirklich einige Videos gemacht. Bei Thrive ist es so, dass sie keine Rabatte anbieten, also nicht zum Black Friday und auch sonst nicht zu irgendeinem anderen Zeitpunkt. In den letzten Jahren haben sie aber trotzdem eine besondere Aktion gemacht. Sie haben das Ganze UnBlack Friday genannt. Und zwar war es da so, dass sie 50% des Umsatzes, den sie UnBlack Friday mit dem Verkauf der Thrive Membership gemacht haben, gespendet haben. Und zwar an eine Organisation, die Mikrokredite für Unternehmer vergibt. In diesem Jahr werden diese Kredite vor allem an Unternehmen vergeben, die besonders hart von der Pandemie und so weiter getroffen wurden. Ich weiß aktuell jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, nicht, ob Thrive diese Aktion dieses Jahr auch wieder macht. Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe mich aber völlig unabhängig davon dazu entschieden, quasi die Thrive-Produkte auch mit in meine eigene Bonusaktion aufzunehmen. Das heißt, wenn du jetzt bis einschließlich Montag, den 30. November, eins der Thrive-Plugins kaufst über meinen Affiliate-Link, dann kannst du mir auch dazu die Bestellnummer gerne schicken und deine URL und dann kriegst du auch von mir ein Website-Feedback. Genau, also bei Thrive gibt es eben, wie gesagt, keine Rabatte. Aber ja, die Tools sind ihren Preis trotzdem absolut wert. Und wie gesagt, das Feedback für deine Webseite kannst du dir dann trotzdem holen. Das für dich als kleinen Überblick für die diesjährigen Black Friday-Aktion. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, den Fokus ein bisschen auf die Tools zu legen, zu denen ich auch wirklich Videos gemacht habe dieses Jahr. Es gibt natürlich auch jede Menge andere Deals von allen möglichen anderen Tools. Alles, was ich jetzt erzählt habe, findest du, wie gesagt, nochmal im Blogartikel zum Nachlesen. Den habe ich dir unten verlinkt, genauso wie die Affiliate-Links, für die dann eben meine Bonusaktion gilt. Wenn du noch irgendwelche Fragen dazu hast, dann schreib es gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.